Du hättest handeln sollen. Sie sind bereits hier. The Elder Scrolls erzählten von ihrer Rückkehr. Ihre Niederlage war nur ein Aufschub. Bis zu der Zeit, nachdem Oblivion sich öffnete. Und die Söhne von Skyrim ihr eigenes Blut vergießen würden. Aber niemand wollte es glauben. Glauben, dass sie überhaupt existierten. Und als die Wahrheit endlich ans Licht kommt, brennt sie lichterloh. Doch, es gibt einen, den sie fürchten. In ihrer Sprache heißt er Doverkin Drachenblut. Du Dschar! Dschar! Volk macht poste, Volk, Soladin, Voladin, Otaş, Jaa! Lä-Lä-Lä-Lä-Lä-Lä-Lä! Lä-Lä-Lä-Lä-Lä! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020